Gefeuert werden, ja. Lack hier noch was? Nee. Du brauchst Träten. Achso, wegen dem Typen hier. Ach, die sind ja wieder da. Nee, die können ja gar nicht wieder da sein. Stimmt, sonst könnte man die ja dort haben. Was war hier? Kaminaufzug? Also mal ausprobieren. Äh. Okay. Okay. Wir haben das Schloss nicht... Ja, okay. Ich dachte schon, wir haben das hier durch. Ich dachte schon, wir haben das hier durch. Also das Schloss. Oh. Da unten ist ein Krieger. Der sieht böse aus. Er hat rute Augen. Willkommen. Guck mal, der ist mal rum am Baggen. Ja, wirklich? Hat er rote Augen? Ja, wer hat er rote Augen? Prrrr. Wie ein Stich. Oh, ich habe also eine Rüstung bekommen. Echt? Walder Rüstung? Ja. Oh, da unten liegt auch noch ein Item. Keine Sache. Kannst du nicht lang nehmen. Kannst du wiederholen hier. Ja. Ja. Da hinten ist... Ich habe den Krieger gesehen, ne? Als ich ihn dann gevisiert habe. Walder Seitenschwert. Ich glaube, das ist sogar gut. Ich schlade schon. Ich schlade schon. Das ist ein Gratenschwert. Für Flammenring. Eigentlich... Gratenschwert? Oh. Wo ist das? Wie heißt das Schwert? Das ist ein Schlankenschwert. Ach, das ist ein Schlankenschwert. Darf ich nicht benutzen. Äh... Das muss auf jeden Fall ein Schwert sein. Ich gucke gerade. Ja. Ich meine... Äh... Lass das... Ach, das ist das Schwert. Ja. Das ist eigentlich ganz gut. Aber... Nimm den... Nimm den Legelsperr. Nimm den Speer oder dein Langschwert da. Weil das schon ein bisschen aufgemotzt ist. Wo ist denn jetzt das Speer? Da. Die Rüstung? Die Rüstung, die du an hast, ist eigentlich gut. Balder Rüstung. Ja, stimmt. Obwohl Balder Rüstung hat mir Beteiligung... Ah, egal. Scheiße. Obwohl Balder Rüstung hat mir Beteiligung eigener Schweresort. Hast du denn Zeitrolle drin? Nein, ich hab die nicht ausgerüstet. Ja, stimmt. Das ist so ein Ding leider schon. Okay. Komm ich dann aber auf diese Plattform? Oder komm ich dann noch? Welche Plattform? Wo liegt denn was? Hier. Der Weg vor uns. Bei der Leiche. Da hab ich mich echt schon gerocken. Oh. Ja, da springst du. Ich meine, du springst da runter. Von hier oben gleich. Ich hab mich grad voll erschrocken. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Das klang wie so ein Atom-Mummel. Kann man das nochmal hier reingehen? Ich will nochmal, dass der... Da müssen wir direkt durch rein. Ah, der Typ vor uns, der macht halt... Warte mal, hab ich einen Bogen dabei? Der ist zwar immer wieder neu da, wenn man stirbt, aber... Ich bin Drachen-Töter-Kot. Oh, was? Hä? Du hast die Pfeilen ausgelöst. War hier eine Pfeile bei uns? Ja, zwei Stück. Achso, okay. Zwei. So. So kurz hier. Da muss ich noch kurz hier rein. So fett, dass der Pfeil durch mich nicht mehr durchgeht. Weiter mein... Ich steck einfach mein Fett. Fest. Oben weiß ich weiter. Okay. Warte mal, muss ich von hier unten machen. Ist der das? Nein, das ist eigentlich... Warte mal. Ich weiß nicht mehr. Sind das ein oder zwei? Schmeißt der die? Ne, stimmt. Der ist nur für die Kugel im Raum zuständig. Wo war denn nochmal der andere? Ich kann ja mal den trotzdem mal angucken hier. Ah, hier. Hier ist er. Da oben. Hallo. Der der andere ist. Oh, den kann ich von hier nicht anschießen. Boah. Okay. Ah, da kannst du ja mal den Typen mit dem linkser anschießen. Oder kann man ihn überhaupt anschießen? Gegenüber? Den gegenüber kannst du auch anschießen. Da bringt ja nichts. Der ist nur für die Kugeln zuständig. Die da runter auf die Plattform legt. Da braucht man ja nicht mehr hin. Ja, okay. Den da oben, den töten wir jetzt kurz vom Boss. Kann man ihn normal töten. Ich hab den noch nie versucht, sie von hier unten abzuschießen. Ich bin immer gelaufen. Warte mal, jetzt hab ich auch keine Waffe da. Oh, Blutfleck. Dann... Oh, was? Ja, stimmt. Warte ich. Ja, was? Das taucht mir nicht anzusehen, wie der Typ da rein rauf rennt, ne? Vom Feuer getroffen hat und stirbt. Ja. Ich zieh mal den Flammenring an. Komm da. Ja. Ich verrammisch. Ich halb mich mit einem kinda Sicherheitshalter. Uh. Oh, zumindest habe ich einiges ausgereift. Ich bin tot. Echt? bist du tot? Das Feuer hat nicht mehr aufgehört. Zwei Etagen oder eine Etage. Vom Leuchtturm. Ach scheiße. Ob ich das immer wieder vergesse. Wenn bei Dark Souls 3 wirklich besser gewesen wäre. Von Menschlichkeit. Dass du die Glut jederzeit benutzen kannst. Ja ja und dann. Hier musst du Menschlichkeit erstmal aktivieren. Und dann nochmal schön. Leuchtfeuer aushöhlen. Ah ne. Gut. Gehen wir zum Leuchtfeuer. Okay das heißt ich muss dann mich. Beziehungsweise ich muss abwarten bis das Feuer dann erlischt. Und dann erst los rein. Ja. Okay. Oh fuck. Oh mein Gott. Wie ich das nicht vergesse mit dem. Also wie ich das die ganze Zeit vergesse mit dem. ähm. Ähm. S. Mit dem. Mit dem. Estos. Es ist ein Mofiak aktivierender. Oh, das war's. Hast du sie schon gekippt? Ja. Wird die Fall rausgelöst bei dem einen. Ah, ok. Alles klar, alles klar. Wahrscheinlich verkacke ich jetzt hier. Ja, wenn du ungeludig wirst, kann es passieren. Uah! Warte. So jetzt. Oh, nochmal. Manchmal schlägt er zweimal, ja. Wohin. Ja. Das heißt aber, die Pfeile ist wieder zurückgesetzt worden, bestimmt. Ja. Ey, Schlanktyp. Code weh mal scheiße. Oh, hast mich getroffen. Oh. Äh. Ja, sag mal. Das enthüllt, halt das mal hoch. Ja. Ja. Bada boom. Da bin ich. Oh, der ist schon tot. Ja. 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 Okay. Wenn die Kugel jetzt vorbei ist, guckst du raus, dann kommst du. Okay. Ich war gerade da noch in dem Raum. Jetzt kannste kommen. Jetzt kannste kommen? Jetzt kannste kommen. Kommt keine Kugel mehr. Ja. Komm einfach. Lass ihn Todlaufen. Jetzt kommt ihn in die Kugel. Sonst war der megatroll gewesen. Vorsicht. Die Falten habe ich noch in Erinnerung gehabt. Ab jetzt die Falten weiß ich nicht. Achso, ja stimmt, da war drei auf dem Boden irgendwann. Jetzt muss ja alle vier zusammen. Dann geht er als erstes. Oh, scheiße. Mich verfolgt doch niemand. Ich bin hier gar nicht mal eingespielt. Ich dachte, mich verfolgt niemand, aber gut. Wird doch nicht so. So, auch noch mal kurz hier wechseln. Ich würde sagen, jetzt wo Last of Us fertig ist, weil ich glaube ich erst mal wieder normal das Multiplayer-Dings erst mal machen, bevor ich wieder's anfange. Weil Last of Us hatte, glaube ich, alles gehabt. Eine gute Story und gute Elemente. Eigentlich wollte ich jetzt nächstes Uncharted oder Bioshock machen. Weil er nicht durch, äh, Last of Us gespielt hat, ne? Dann hab ich wieder erstmal vier Shooter. So ist genug. Also an zwei vorbei und dann wieder stehen bleiben. Ja. Ach, da ist sie. Wenn wir an der Wand laufen, an der Wand laufen. Die Falle sieht man schwerer als die andere Falle irgendwie. Okay, dann geh dir schnell deine Seelen holen und dann kommst du wieder runter, ja. Ach ne, die ist er schon, ja. Wahnsinn. Ach, wir haben 40.000. Dann lauf mal jetzt einfach weiter. Lauf, lauf mal einfach. Mach mal, mach erstmal. Nimm erstmal den Estus. So. So. Willkommen. Ja. Oh Mann, ich bin an der Treppe hängen geblieben. Ah. Sehr schön, sehr schön. Ja. Lauf, 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 lauf hier runter. Alter. Weg mit dem Nachrichten. Wollte ich das nicht anmachen? Ach so. Hä? Wollte ich das nicht anmachen? Ach so. Hä? Nee. Wolltest du weggehen? Hm, ich dachte zum anderen. Ich weiß es nicht mehr. Ich geh mal kurz raus. Was? Wollte ich das mal? Sag mal, wo ist denn jeder Ding? Vielleicht schon immer jeder? Nee, kann auch nicht sein. Oder? Weiß ich nicht.